Einen wunderschönen guten Abend. Kommst du da weg? Äh, ja, die haben ein Auto auf jeden Fall. Ich meine, ob du da wegkommst. Ja, ja, ich bin on my way. Okay. Das ist natürlich kacke. Die linken im Mini. Ja, ich komme. Lass die Mini dabei, ja? Ja, ja, hab ich linken lassen. Nice. Gleich, wenn du reinkommst, rechts rum. Hier ist noch ein Rucksack, wenn du noch keinen hast. In der Küche. Hier ist noch ein Level 1 Silvestre. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, jetzt komme ich da wieder nicht rüber. So, ihr seid hier durch, ne? Passt, ja. Das war noch Norden weg. Liegt hier irgendwo noch ein Helm? Ja, bei mir. Nach Norden? Ja. Warte, mach mir den Helm noch eben. Hast du die Häuser durch, Chris? Oh, ja. Ja, das werden die sein. Ja. Halten die bei euch? Ja. Bei euch direkt oder an dem Compound? Okay, na, bei meinen. Oh, der ist bei mir, der ist bei mir. Direkt an meinem Hügel. Wo genau? Andere, ist eine andere Seite von mir irgendwo. Der holt seine Mates hoch. Sicher? Ja, sicher. Hab's doch. Nice. Schön gemacht, Tony. Danke. Very good. Ach, Leute. Haben hier alle auf einem Haufen gehockt, oder was? Nee, nee. Oh, ausgenockt. Ja. Komm, hinter, Horni. Komm, Leute. Ich hab halt keine Waffe. Eine fucking Drecks-Usi. Willst du meine Mini haben? Warte. Ich bin Horni wieder hoch. Horni, hinter dir. Ey, ich will dich erst wieder oben haben. Ja. Nur so kurz heilen. Woher kam die Kahn nicht aus dem Nordosten da? Einen habe ich. Wie hieß da einer, der dich gekillt hat? Habe ich nicht drauf geachtet. Das muss ich mir in Zukunft mal merken, dass ich darauf achte. Ja, da steht ein Uaz. Seht ihr, ne? Vor welchem Haus? Hier. Direkt bei mir. Vor mir. Von links, 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 links. Ach. Was der wieder gefressen hat. Lächerlich. Horni, holst du wieder oder deckst du? Nee, warte, warte. Ich komm. Ich deck ihn gerade noch. Kommt noch ein Auto. Bleib liegen. Olli, direkt bei dir ist einer, ne? Der ist im Haus, ja. Hast du genug hier? Ja. Sag mal meine hintere Seite, Horni. War der im Haus, Olli? Der ist hier im... Oh Gott, ja. Hier im gelben Haus. Nee, ich meine im blauen. Haben eine Reike bei uns. Bin einmal rumgelaufen. Keine Wischen mehr auf euch. Olli, hallo. Du redest doch die ganze Zeit. Ich hab sie gefragt, ob hier irgendwo eine, wo der war. Ja, im gelben Haus, hab ich doch dreimal gesagt. Und am Balkon da. Ja, das wollte ich wissen. Andere Seite. Ja, ja, hat ich auch angesagt. Nee, kommen wir mir nicht an. Pssst. Was? Alle tot. Alle tot? Sauber, Jungs. Nee, 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 nee. Hinter mir. Oh, das ist ein aber anderes Team. Nee, das ist der... Oh, wow. Das ist der andere Compound. What the fuck, Mann. Im anderen Compound Richtung... Das war ein anderes Team. Ja, wie bitter. Aber wie hat der mich bitte totgesprayt da? Das sind mehrere. 200 Meter? Keine Ahnung. Nicht mal aufgetrunken. Ich muss kurz Waffe wechseln, Chris, ne? Ich hab einen ausgemacht, war das easy. Ja, ich wollte es nur ansagen. Der Plep. Hatte der oben ein Visier? Ne, ein Vierfach habe ich genommen, ja. Ja, ich wollte halt umlaufen, ne? Bevor wir da alle am Auto stehen und uns totsprayen lassen, aber das war halt kacke. Da war jetzt andere, dass da drüben noch welche waren. Ja, das ist halt... Ja, da musst du dich um die kümmern, Chris. Ich seh die nicht. Ja, auf mich schießt er und ich häng hier fest. Lass dich bitte nicht ausknocken. Schön. Nice. Ich schieße auf dir aus, Bruder. Das hört sich gut an. Wo ist die andere Kiste? Olli, du hattest auch einen ausgenockt, ne? Äh, nee. Nee, nee. Äh, Richtung 2,55 oben auf dem Berg noch. Fuck, ich hab halt... Olli hatte doch ein Vierfach. Olli? Echt? Ja, das ist mitten... Ja, Vierfacher und Red Dot, aber musst du aufpassen, die haben mich da richtig eklig weggespraynt. Also, ich weiß nicht, ob du looten kannst. Ich hab's. Arsch. Das war mein Kill. Penner da drüben. Äh, hinter uns noch, auf Süden. Am Compound oder was? Nee, Süden, hinten. Field. Er holt seine Mates ab. Open Field Richtung Süden hinterm Stein. Oha. Wieso ist der Teppich raus, Alter? Oha. Boah. Boah. In welcher Richtung guckst du? Überall. Überall. 360 Grad. So gut wie's geht. Stellt sich natürlich. So gut wie's. Da meine Schatz. So, jetzt wechseln wir euch ganz kurz. Oh, drauf. So. Erwischt. Loll! Komma! Ihr sagt bescheid, ne? Ja, ist schlecht vorbei hier. Da muss noch irgendwo einer sein. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Oh! Kommst du klar, Chris? Ja. Ich habe bloß eine mysteriöse Neut gehoffen. Noch zwei. Ja, einen sehe ich. Habe ich bei mir. Hinten an der Küste, Chris. Hinten an der Küste. 120 am Stein. Siehst den? Bei mir? Ja, genau. Ah! Ey, was? Ich bin drauf. Ich schoss dir. Der ist außerhalb der Zone gegangen. Lol. Weil er nicht erschossen werden wollte. ie Ärger. Ich bin drauf. Ach ja! Ich bin drauf. Wir sind auf dem, proverb,